Musik 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 Ah, voll das geile Zweck dabei ist mir scheißegal Ähm So Dann Blickpunkt Portal Musik 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 Y und X sind zum trinken der jemals besten Tränke da Interessant Was ist denn Von Neue Monster in der Nacht? Ah, das kann natürlich sein Dass es in der Nacht neue Monster gibt Das wäre natürlich geil Ich habe wenig Mana Ich habe wenig Mana Wie denn Unruh Ja, vielleicht doch nicht ganz so in der Nähe stehen wir eben Ich habe wenigstens Spaß hier mal mitnehmen Und dann setze ich mir jetzt hier unten einfach mal ein Portal Weil ich es kann WTF, was ist das denn hier? Ich habe wenigstens Eure Begleiter Ich trenne hier mal ganz kurz Ich habe wenigstens Du Gut, dass ich da ein Portal verneupt Nein, 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 nein. Das ist nicht so, dass ich irgendwie gestorben bin schon wieder. Ich, äh, ich, äh, ich, äh, gehe die Sache nur ein bisschen, äh, 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 äh. Wieso ist da jetzt auf einmal nur noch ein Portal gewesen? Aber man kann nur ein Portal setzen, oder nicht? Oh, nicht die Schwerden, ist ja kein Wunder, dass wir verlieren. Und wie viele? Ich brauche mehr Mana. What the fuck? Gar nicht klar. Ich hasse diese Schwerden. Die Schwerden sind so unklar krass, einfach nur. Was ja alles hier macht, sind es kaum Schaden, okay? Aber diese Schwerter, die machen ja auch gut, gar nicht. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Oh, gleich noch ausgeschafft. Okay, gleich noch zu Tod, Alter. Ich weiß nicht, ob sie diese Green Kobold immer wieder spawnen. Kann ich hierzu gar nicht sagen. Oh, herrscht. Okay, ich zie jetzt mehr durch. Oh, oh. Okay, okay, ganz gut. Ich kann sowas schon. Ich kann sowas schon. Oh, hu 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 hu. Den da hinten aber... Oh, nicht. Den da hinten aber... Jaja, schon gemerkt, aber ich kann nichts machen. Alles kraft, jetzt dünn wir mal an da. So. Feuerball. Nein, das ist ein Feuerballausgewicht. Was für ein Arsch. Ähm. So. Wollte, ich kann es, die macht das. Wir müssen nur ein bisschen auf Abstand halten, dann merken wir schon, wie die Katze für den Ball. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe wenig Gesundheit. Wow. Ihr seid tot. Er hat mich jetzt einmal getroffen und hat mir gleich das halbe Leben abgezogen. Gut, das war eigentlich klar, wenn man sich den langsam anzugucken, dann mir das eigentlich klar sein soll, aber okay. Okay. Der kommt direkt zum Burbotal hier. Ich bin so, Juuu. Okay, ich kann eigentlich nichts kriegen glaube ich. Jetzt stirbt er. Jetzt ist er tot. Okay. Alter, das sind so oft gestorben für den gerade. Die kamen alle hier her oder wie? Die kommen jetzt nachts, kommen immer mehr oder wie? Da sind zu. Da haben wir jetzt aber aufgeräumt wieder. Die Federmäuse können so gesehen, dass die wir haben. Die Totenfeder-Mäuse. Ich brauche mehr Mana. Wir müssen auf jeden Fall demnächst dann sich... ... und... ... als Maul. Diese Schießtypen, Alter. WTF? Guck, wie kommt denn noch? Wahrscheinlich hier wieder... Oh, Alter, du bist so... What the fuck? Ich sehe hier noch viel, viel mehr Gegner. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Lololololo. Also ich... Man muss es aber auch mal so sein. Das ist eigentlich mega unrealistisch. Hier ein Typ... ... durch 100 Leute, wo ich renne. Wenn man es gut anstellt... Ich stelle es jetzt natürlich nicht gut an, aber... Wenn man es gut anstellt... ... da rennt hier ein Typ durch. Ich höre mal Leute durch. Ich mache keine Sachen. Ein Typ, der eigentlich vorher... Der hat ja vorher keine Geschichte gehabt. Der hat ja vorher irgendwie... Ich brauche mehr Mana. Ja, ja, ja. Ich habe wenig Mana. Bitte nehmen das jetzt. Zeige ich meine Dankbarkeit. Ich nehme jetzt einfach mal... So, komm hier. Einfach mal Julu. Oh! Knochen-Gurlack. Aber ein kleiner diesmal. Ach, das war der... Ach, das war der, der wir vorhin gesehen haben. Identifizierungsfall haben erhalten. Die haben irgendwie Massen, aber können sie die benutzen. Ich denke eigentlich, sagen wir mal alles auf. Aber irgendwie dann doch drauf. Ich nehme mal den Ring. Weil Waffen... So, Schusswaffen sind mal sowieso gut ausgelöst, finde ich. Ähm... Sturm... Oh. Was? Schon wie? Auch nö. Ach komm schon. Wir sterben gerade in wirklich sehr großen Abständen. In sehr kurzen Abständen. Und das finde ich gar nicht so toll. Ich... Muss mich heute... Ich bin... Komm doch mal drauf an, wie ich gerade gelaunt bin. Wenn ich gut gelaunt bin, dann renne ich natürlich so... Äh... YOLO und alles rein. Und... Denk mir meinen Teil dazu nicht. Und... Naja... Das ist dann passiert halt sowas. Die könnten... Gefangten könnten ja auch nicht mal helfen. Aber die denken dann auch... YOLO YOLO Hallo? Wannst du? Ich brauche mehr Mana. So... Äh... Hier nehmen wir mal das Ding mit. Und dann nehmen wir hier mal... Äh... Ich brauche euch... Die Marke mit... Von dir nehmen wir noch. Achso. Ich habe eine Mission vor euch. Vielleicht sind euch ja die vielen Ätzerianer in der Knochenwüste aufgefallen. Sie glauben, dass sie Speer sind, deren Schützpunkte sich in den verlassenen Gewölben befinden. Sie kommen den Stadtmauern allerdings so da, dass sie auch... Was? In viel geringerer Entfernung einen Schlupfwinkel haben müssen. Von dem aus sie uns ausspülen gehen. Wir haben die Wirklichkeit eingegrenzt. Und ich möchte, dass ihr euch im Turm des Mondes in der Knochenwüste umseht. Stellt fest, ob dort Ezerianer Speer sind. Und falls ja, kümmert euch um sie. Oh, okay. Ihr habt eine Quest. Jetzt habe ich es gar nicht gerechnet für eine Quest. Aber ich dachte, wir müssen hier noch tausend was chemische Typen befreien. Aber hier waren anscheinend noch eine Quest. Noch ein Haufen noch da. Äh... Was haben wir hier noch? Hier ist noch ein Schädel. Da ist noch ein Felsen. Den habe ich übersehen. Ansonsten ist hier jetzt nichts besonderes mehr. Die haben wir befreit. Die haben wir befreit. Okay, okay, okay. Alles schön. Dann gehen wir mal nach hier unten weiter. Ich würde nämlich gerne am Rand noch entlanglaufen, um zu gucken, was am Rand... Oh! Hallöchen, die Damen! Wisst ihr, wieso habe ich Klebe? Was ist das denn? Ich triff! Was ist das denn? Was ist das denn? Ich triff! What the fuck, alter! Du läufst drei Meter nach unten! Da sind schon wieder hundert neue Gegner. Ich habe Gegner. Ich brauche mehr Mana. Ich habe sie nicht gesehen. Ich brauche mehr Mana. Ja, wie viel? Also jetzt, ich mache gleich und dann ist auf jeden Fall hier Schluss im... Was? Ihr seid... Ich hasse diese Menschen. Äh, kleinen Moment. Wir müssen mal ganz kurz irgendwie... Also jetzt ist es aber vorbei. Hallo, kleiner Mann, der uns Vertauberung geben kann. Äh, ich würde gerne mal... Die Heizkette vertrauen. So. Ihr habt Glück. Bringt uns erhöhten Feuerschaden. Will kein Schwein. Ich will Verteidigung haben. Was? Nein, ich will... Kannst du die? Kannst du aber ist zu teuer. Machst du das? Machst du? Ihr habt Glück. Gesundheit. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hätte aber doch noch wirklich sehr gerne Rüstung gegen Körperschaden. Achso, ne. Das würde ich mir... Äh... Ich gebe den mal noch dem Helm, weil der ist ja neu. Okay. Den hat man schon mal verzaubert. Das ist doof jetzt. Okay. Das da... Das Glück ist mit euch. Schaden von Begleiter oder Dienern. Ja, das ist nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich gerne ein bisschen Körperrüstung, Schaden, Verteidigungszeugs haben. Weil es wichtig und so. Womit kann ich die? Du kannst mal die Klappe halten. Ähm... Feuerpanzer brauchen wir nicht. Kifpanzer brauchen wir nicht. Eispanzer brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Äh... Elektropanzer... Fünfzehn Gesundheit für den Meister bei Treffer gestohlen. Das heißt, wenn D angreifen, kriegen wir Geld. Äh... Leben. Das klingt natürlich interessant. Wie sieht unsere Caddy jetzt aus? Kidi? Die Rüstung... Oh, die Elektropanzer ist krass. Vorrat an Mana. Der Schaden liegt bei 300. Wo liegt denn unser Schaden? Ich seh's nicht. Okay, dann würde ich sagen, verkaufen wir das und das. Dann können wir auch noch verkaufen. Das, das, das. Das da. Dann verkaufen wir nur das, das. Das, 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 das. Ich verkauf jetzt einfach alles, weil ich brauche Geld. Ich habe jetzt auch keinen Bock jetzt die ganze Zeit zu gucken. Äh... Feuerpanzer ist sowieso schwächer als unseres. Und was haben wir da? Das ist... Ein Level der Eislichkeit, die behalte ich mal. Und Verzauberung geht mal nicht mehr mit 1800. Das glaube ich eher weniger. Ist echt halt alles teuer geworden jetzt. Und wir versuchen das noch mal ein bisschen zu transportieren. Ich schau mal kurz auf die Uhr gerade. Es wird auch... Obwohl, ne. Ich habe noch ein bisschen Zeit. Ja, ich habe noch ein bisschen Zeit gemacht. Hier war doch voll nichts mehr. Wursteh ich nicht. Na ja, gut. Ähm... Wir waren hier unten und haben hier unten geguckt. Kannst du das doch aufwärts los? Oh, nein, 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 nein. Ja, leck mich doch. Ja, 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 ja. Du kannst nicht mal sonst wo. Nein. Ich bin nicht Mana. Ich brauche mehr Mana. Na, ich brauche mehr Mana. Warum, asymmetisch! Von denen einer. fini. Es gab nicht mehr Mana. Ich hasse diesen Video. Guck auf dir Mana. Sieます T honor Além trucs. Himporte uns wirklich weh. Hä? Kann mir bitte einer erklären, was da gerade passiert ist? Ich habe dich doch gekillt. Hat der jetzt neue gespawnt oder was? Wir sterben gerade eindeutig zu häufig. Das gefällt mir gar nicht. Ich kann aber auch nicht viel dagegen machen gerade. Oh, wo ist dieses Vieh jetzt oder diese Viecher? Wo sind die? Jetzt lebt der wieder oder was? Oh nein, es sind zwei neue? Ich habe wenig Mana. Ich habe nicht mehr Mut Mana. Ich verstehe das nicht ganz klar. Ich glaube, da zwei neue gespawnt einfach. Ich kann aber nicht genau sagen. Egal, hauptsache es ist ein Tod und wir leben noch. Wenn man das so bei Nacht zieht, sieht das gar nicht aus wie Sand, sondern eher so wie Schnee. Ich brauche mehr Mana. Warten wir uns auf unsere Mana, dann tun wir uns schnell heilen. Ich habe nicht genug Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich habe genug Mana. Wie viel? Wir nehmen noch mit. Er greift diese Viecher greifen irgendwie immer auf unserer Höchstgerand. Wieso? Also das Verhalten von manchen von diesen Geringern finde ich äh... Verlassen Zugang zu... Ich würde das Ding da gerne mal aufheben, aber irgendwie will er das nicht. Unser kleiner... Wüsten-Trimpf hier. Ich habe nicht genug Mana. Der ist nicht da zu fein fühlt, der Herr. Na gut. So, der Aramara. Blätterhau oder wie das? Das komische Ding habe ich auch noch drin. Ich habe wenig Mana. Wieso habe ich jetzt hier den drin, statt den Feuerball? Schickt das einer, dann soll man langsam aber hoch explosive Ball aus Flammen. Aus der 5 würde ich gerne... Vielleicht sogar den Klevenwurf machen. Aus der 6 würde ich gerne den Tornado machen. Der war auch noch so ein Tornado. Na gut. Mit? Wird auch so rumzuspringen, wenn ich da reagiere. Das ist nicht nett. Schatze, die hier. Ich habe nicht genug Mana. Ich habe nicht genug Mana. La 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 la. Ich renne hier mal weg. Und der Bode-Bütze attackiert mich. Super. Gibst. Ja. Mach mal. Alles